ich habe übrigens festgestellt ich kann mir nächsten monat doch zwei spiele holen war mario party superstars kommen nämlich an den tag raus wo ich mein geld bekomme am letzten monat deshalb kann ich mir nächsten monat metroid red und das spiel holen egal als ob das das arbeitsamt damit sagen möchte ja hier happy birthday hier habe ich hier hast du einfach schon mal ein vorzeitiges geschenk vorzeitiges bursatz geschenk oder so das dauert allerdings noch ein paar mond dauert das dauert einfach noch ein paar mond so hier fehlt uns nur die flagge nur die ich bin ein pilz ich bin ich selbst kann die ball wirklich ich konnte damit nicht mehr leben wie komme ich dir raus ich bin falsch abgebogen wie damals bei den pixel link ich bin da auch einfach so richtig blöd runtergefallen keine ahnung was das darstellen soll luigi meine punkte ist das froh dass wir das gemacht haben so hier haben wir es beim letzten mal nicht geschafft die treppe zu machen ich wollte sagen dann versuchen wir es jetzt mal stellen sie dir einfach vor eine imaginäre treppe eine imaginäre treppe ähm sieben und schloss welt sieben brauchen wir die flagge und das schloss ok das war die schose mit den kugelwillis mit den katzen kugelwillis ich hab dir den witz schon vorweg geklaut das match hast du den jenigen welchen eigentlich schon gefragt wegen mario passen aufnehmen dann ist ja jetzt eine gute zeit eigentlich auch bin ich schon wieder übertroffen ja du musst mario party aufnehmen smashy will dazu ansonsten weiter wieder eine ganze nacht und ich muss mir das geheult wieder anhören wenn er bei mario party super social bald rauskommt dann möchte er noch mal eine runde wenn er noch mal eine runde wählen ich steilisch nicht ausgeglichen bin aber nur mit vierten mitspieler ich spiele nicht mit die computer zusammen oder wir suchen uns da noch jemanden vielleicht kriegen wir chaos ja noch mal dazu oh shit ich hoffe halt nur dass mein joycon damit spielt weil der joycon drift ist in letzter zeit sehr viel schlimmer geworden mich regt das so auf ich habe mir es ist ja schon das zweite paar joycons was ich habe und das driftet jetzt schon nach irgendwie in knapp einem jahr jetzt wow das ist echt nervig hm also es ist zwar noch nicht ganz so stark aber man merkt schon dass es langsam los geht das finde ich halt scheiße dass man die gyro steuerung der pro controller nicht nutzen kann dann hm das ist bullshit was ich aber sagen muss worüber ich wirklich sehr erstaunt bin dass meine smash bros joycons immer noch kein joycon drift haben und ich habe die schon keine ahnung wie lange wundert mich ehrlich gesagt du benutzt die ich dachte dir sowas ist bei dir mal nur in der packung ich habe die zweimal du benutzt die ich dachte sowas ist bei dir in der packung scheiß egal wie oft du die hast ich habe die zweimal mal wieder so halbwegs mit kern und rumdiskutieren rüdiger einfach nur ich wollte etwas beitragen ja so ich bin aus meinem katzenanzug mal rausgegangen man weiß ja nie soviel zu dem thema was willst du denn was labbelst du labbelst du wo war hier in der stern nochmal wirst du das irgendwie wie irgendwo ne versuch mal hier die wände hoch zu klettern ich glaube nicht dass der stern jetzt hier schon ist weil das ist der letzte ich sehe es auch gerade ja ja der wird ja so die krallen sind abgewetzt ah was oh komm jetzt was willst du denn rüdiger du lebst doch noch das wäre auch ein blanker hohen wäre das gewesen wenn nicht alter schweb eben mal einfach das das ist eine sehr gute idee gewesen stempel war hier keiner ach den brauchen wir auch noch das habe ich jetzt nicht mitbekommen ne weil ich sehe hier kein stempel symbol ja aber in diesen regulären dingen gab es ja auf jeden fall noch ein stempel haben wir ihn noch nicht alter alter ach komm dick ach saug zack wo alter zack u 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 Ich glaube, hier kannst du... Warte mal, 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 wenn du nicht reingehen willst. Ich will nicht reingehen. Ich habe gestoppt. Da, 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 da. Ah, da ist Sterne, hallo Sterne, du bist schön. Hallo Sterne, schön, dass du hier bist. Aber kein Stempel, scheiße, schlecht. Ich sehe ja kein Stempel-Symbol. Kann man die echten Stempel sonnen? Schlecht, schlecht, schlecht. Ja, wir gucken gleich nochmal. Ja, gleich, gleich, gleich. Ja. ich verstehe das war sehen jetzt nicht getroffen ich bin ins mensch kann das warum ich beschütze dich nur das weiß ich noch nicht ich bin mir noch nicht so sicher ich spring besser schnell runter also was spät reagiert ich hab voll die dicken hüften du hast ein gebärfreudiges becken so kann man das sehen jetzt bin ich mal gespannt noch mal platt machen wo heiß über 90.000 super krieg das mal bei leilandwurst hin wir hatten doch gestern das heiß geworden muss ich ein instakill sein schon aber ich bin echt durchgekommen du bist nicht durchgekommen nein diesmal wolltest du mich nicht beschützt das habe ich direkt gemerkt hier ich habe schon wieder stand ich habe schon wieder stand so ein brüfe das ist echt bullshit ich weiß nicht wieso will ich weiß auch nicht wieso ich weiß gar nichts mehr wir kommen ja eigentlich ganz gut durch ich bin ja fast erstaunt ich nicht ich habe immer so negativ aber echt was ist daran negativ wenn ich sage ich nicht ihr wisst ja nicht was der anführende satz dann sein könnte jetzt wird er wieder philosophisch ich könnte nämlich sagen ich wusste es von anfang an das hättest du aber nie gesagt guck jetzt nächste welt 1 3 6 panzer und b das klingt so weird 1 3 6 panzer b also wenn mein sohn so zählen würde weißt du dann würden die lehrer glaube ich mit über ein paar takte mit uns reden die wird sich dann auch fragen und sie arbeiten bei der stadt ja genau wie lief denn eigentlich die einschulung wenn ich mal fragen darf ach war eigentlich ein schöner tag das einzige was echt nervig war man weiß das ja auch nicht wir leben ja nicht schon seit anderthalb jahren irgendwie mit dieser pandemie es waren extrem viele eltern nicht getestet im vorfeld und mussten sich dann vor ort testen lassen und dann hat sich das alles extrem verzögert aber das auch im vorfeld nicht weiß es stand glaube ich sogar in der einladung drin explizit unterm strich dummheit ja deswegen fing alles dann irgendwie 20 minuten später an das war ein bisschen ärgerlich aber ja war ansonsten was schönes ja gut ich denke wir müssen hier den stempel suchen so was jetzt wirklich ich hab's irgendwie geahnt nein ich hab's irgendwie geahnt dass das passieren wird ich wollte eigentlich einen feuerball reinschmeißen aber irgendwie riesiger feuerball neigschmarst riesig feuerball neigschmarst vielleicht von hier oben ja könnte grundsätzlich nicht schlecht sein ne nope ok wow ja das ist Zeit ne ist Zeit wuhu wiii ha 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 oh oh gleich hier oben durch die röhre laufen das ist aber waghalsig oh gott das macht's jetzt mal alleine ja ja nö du machst das du hast die katzen power tatsächlich da oben ich schwert bekloppt da hatte ich mich doch noch richtig erinnert man du lebst noch ruhiger sei doch froh war echt oh nice uah huu ich habe die sprungtaste wunderschön ich weiß nicht mehr wo ich bin ich weiß nicht wo ich bin ich war da unten okay ich konnte nicht abbiegen ich konnte nicht abbiegen warum konnte ich nicht abbiegen spiel hast den schuss wieder nicht gehört ich wollte eigentlich nicht in die rote dankeschön ich will den pilz ich habe das spiel verarscht uns ja das glaube ich auch übrigens wir sind bei null leben ich mag das jetzt nicht ich mag das nicht was war das jetzt würde ich lachen oh gott oh nein ja komm mach du alter der leck gerade als du das item eingesammelt hast du durch das herz stehen geblieben gerade da bin ich wieder steppel ach das ninja haus das war cool das war doof das müssen wir hier alles absuchen ernsthaft die frage ist halt nur wo ist die scheiche meiner meine ja 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 also das ist Hier irgendwas? Nein. Hier ist was nicht das, was wir suchen. Boah, mal wieder den Milch-Bubi, das Milchgeld aus der Tasche gezogen. Hier war nichts mehr. Herr Rüdiger. Ja, ich suche einfach... Rüdiger, lass es bitte. Das irritiert, das irritiert ein bisschen. Ja, hier mache ich das auch nicht mehr. Da drin war jetzt schon alles erledigt. Ist hier unten gleich noch irgendwas? Ah, Mann. Aber hier muss wir jetzt wieder... Irgendwo noch geraden. Das könnte halt auch gut sein hier, ja. Irgendwo weiter da oben vielleicht. Was eigentlich bei dem hier, der ist da so eingesperrt? Okay. Okay, da ist das Ziel. Aber hier werden wir noch nicht fündig. Vielleicht da oben bei dem Typen? Zweifel ist euch gesorgt. Nee, da. Warte mal. Nee. Nee, das ist nicht. Nee, das sind wir noch mal da unten sein. Das ist jetzt... Das ist jetzt... Hier, da ist einer eingesperrt. Was macht der denn? Hat er nicht einen Stern? Der, 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 der Stern, ja. Okay. Guck mal. Nein, Gumba, ach du... Entschuldigung. Sollen wir da mal reingehen? Können wir da mal reingehen, vorsichtshalber. Boah, aber ich meine, da wird ein Stern. Muss man aber nicht. Ach, nö. Wir sind hier, okay? Wir sind hier. Ich mit dir. Beste Freunde, da sind wir. Ich geh hier ein bisschen vorsichtiger weiter. Ich geh mit meinem Boomerang. Nein. Warte ruhiger. Du, 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 du. Boah. Ach, man kommt hier raus? Was? Da siehst du mal, man. So fassbar. Dann wahrscheinlich hier auf den Dächtern. Vielleicht ja. Oh, ja. Jawohl. Ah, nein, das war sonst nicht ruhiger. Sehr gut. Perfekt. So, jetzt wieder in das Gebäude rein. Nein. Nein. Scheiße, Scheiße. Scheiße, ich hab da. Ich hab überlebt. Ja, du hast das noch mal irgendwie. Ja, geht doch. Ha. Ja, es ging nicht. Blind können wir jetzt nicht hier rumlaufen. So, jetzt gibt's noch die Flagge und dann haben wir das Level auch fertig. Was? Miau. Miau. Genau. Oh je. Oh, ne. Im Morgene. Mario sagt dazu, okay. Okay. Welts. 6. Alles klar. 6. Wir sind gleich übrigens bei zwei Stunden. Cool. Da machen wir in Welt 6, 6, 6 noch und dann haben wir's. Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Wir brauchen Eier. Hier oben vielleicht. Oh, bobe. Häh? Da ist aus wie gestoppt. Oh, bobe, bobe. Da ist wie gestoppt. Da ist hier oben. Hilfe! Da ist mich fast gekillt. Du musst es auch... Also, da war der Stempel, äh? Da ist auch nichts. Ah, da, 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 da. Da umständen hier? Ja, ich denke auch wenn dann hier. ja da 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 guck mal was wir jetzt noch machen müssen wir müssten noch zwei welten spielen piano ruft mich welche ok ganz leichte kopfschmerzen habe ich ja ich bin jetzt auch auf würde ich sagen oder ich glaube es wird wirklich okay leute das aufnahme session hier mit den nacharbeiten ist noch nicht ganz fertig aber ich denke ich nicht mehr so viel nacharbeiten so was war ich nicht mal auf arbeit damit das hier ist noch ein bisschen also dieses jahr kriegen wir das ist noch ein bisschen das kriegen wir noch hin das kriegen war war der krim war der krim war ja dann bedanke ich mich mal herzlich bei euch beiden ja ja wie ist da muss aber bitte muss ich hoffe euch neben zuschauer hat das hier gefallen und warum rede ich so komisch ich freue mich wenn ihr beim nächsten mal auch wieder mit dabei sein denkt daran immer schon zocken ciao ach ja aufnahme beenden